Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Karottensaft, hm? Ich will Pilot werden, wenn ich groß bin. Und dafür braucht man gute Augen. Schlau. Wir hätten gern zweimal Karottensaft, bitte. Kommt sofort. Dankeschön. Gerne geschenken. Robby? Du willst also Flugzeuge fliegen, wenn du groß bist, ja? Ja, aber das hier ist das beste Flugzeug, Jen. Deshalb will ich nur dieses Flugzeug fliegen. Hey, Papa! Willst du meine Co-Pilotin kennenlernen? Hallo. Oh, hallo. Dieses Ding hat so viele Spiele und so viele Filme verrückt. Yeah! Miss Ernestin, möchten Sie jetzt zu Ihrem Sitz zurückkehren? Oh nein, alles okay. Warten Sie, denken Sie, der Mama geht's gut? Oh, der geht's prima. Wenn ich Pilot bin, kannst du noch viel schneller um die Welt fliegen. Wie schade. Es ist so schön hier oben. Ich sever. Oh, der geht's mir. Oh, der geht's mir. Ich schade. Oh, der geht's mir.